Musik 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 Nie, aber du siehst wir ja oben nicht. Ja, das ja. Wir haben einen Spieler. Wo? Der ist gerade hinter den ersten Hangar hier. Okay. Sicher? Ja, Diablo, äh, linke Hangar, also wenn du auf den Hangar drauf guckst, links hinter ist er gerannt. Das heißt, er könnte gleich in den zweiten kommen oder so. Versuch bitte nicht wieder auf übertrieben weiter Entfernung zu. Ja, 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 verstanden. Ne? Soll ich auch decken? Kann der denn her, Alter? Ich hab grad nicht geguckt, also ich hab da in der Richtung gerade ja nichts gesehen. Ich schon. Einen großen blauen Rucksack. Du, falls das wie letztes Mal passieren sollte, dass wir Einloggeräusche hören, dann sicherst du noch oben weg, also gehst du noch oben weg und ich geh hier hinten in den Raum und gucke, ob da wer einloggt. Da ist er. Rechte Ecke. Rennt rein? Nö. Ja, natürlich. Wer ist in den Hangar gerannt? Wer ist in den Hangar gerannt? Warte, ich hab die ganze Zeit auf die Hangars geguckt. Ja, dann warte, dann hört einfach auf, lass weiter warten, vielleicht sieht er ihn gleich noch von selbst, aber so wie sich das anhört, habt ihr noch genug Abstand zum Spieler. Der ist im zweiten Hangar, ja? Der ist im ersten Hangar drin. Ich wär ja dafür sogar das bis hierher kommen lassen. Check. Aber wir sind ja noch am diskutieren. Ja, da, wenn die Beine das Feuer öffnen können, der trifft ihn auch sicher, dann geht das natürlich auch. Ja, da wäre die Tower beste Position, aber da wär's wohl beschissen wegen hinlaufend looten. Da wär's natürlich besser, wenn er bei euch ist. Möglichst, naja. Weil dann könntet ihr den looten. Wenn ihr den an der Tür nicht erwischt, können wir den immer noch beim Weglaufen erwischen. Ja. Ne, ich würd' überhaupt sagen, wenn ihr, wenn er halt die Tür aufmacht, ist der idealste Zeitpunkt. Wenn er rangeht und da aufmachen will. Richtig. Dann könnt ihr feuern und wir aufmachen. Naja, ihr könnt erst mal feuern und wenn er die Tür schnell wieder zumacht und versucht den, äh, da in Posi oder zu warten, dann können wir ihn unter Feuer nehmen. Ich glaub, es lacht sich da drin aus. Ja. Aber warum sollte der sich im ersten Hangar auslocken? Ja, ja, weil der, weil der hier auch so vater Morgana sieht hier. Ah, ich glaub, dass wir das so viel kriegen sollen. Äh. So lange braucht kein Mensch, um den Hangar da zu durchmühlen. Da ist er. Ja, wer weiß. Wenn er Mooneybox findet oder so. Ich seh. Wo? Wer schießt denn da? Das war ich. Da ist kein Mensch. Ja, sag mal, kiss du, Junge. Ich seh, ich seh mal gar nichts. Ich seh, ich hör nichts, was schießt. Warum schießt denn du? Weil ich ihn zweimal in Kopf geschossen hab. Und jetzt geht wer hin und lootet denn? Hanni, echt jetzt ohne Scheiß, da liegt keiner. Hast du dich auf den falschen Server eingeloggt? Nein, ich hör dich doch nachladen, du Knallkörper. Dann guck doch in den ersten Hangar, linke Ecke. Da liegt doch ein Spieler. Ich seh da keinen. Ist das noch einer? Nein, ich hab den Kopf geschossen. Verarscht mich doch. Ja, will einer von euch hin oder soll ich runter? Geh doch, Mann. Du siehst ihn. Ich geh. Du hast ihn erlegt. Vielleicht krieg ich sowas zu sehen. Dann wird doch nichts. Könnt ihr nicht 5 Stunden aufnehmen? Oh, na sag doch, ey. Ich warte hier. Du bist... Ne, jetzt seh ich ihn auch. Wißt du warum? Weil er natürlich wieder erste Hangar gesagt hat, ja. Und ich bin wieder davon ausgegangen, von da hinten, von der letzten Drecksposi. Und hab da hinten auf den letzten Hangar geguckt, du Knallkörper. Und jetzt wo ich vorkrauche, seh ich, dass der hier vorne am ersten Hangar liegt. Ja. Ja. Ja, ich hätte auch gedacht, ganz hinten. Ja. Davon hab ich auch gedacht. Und da hab ich die ganze Zeit geguckt. Ah, da ist doch kein... Jetzt bist du da vorne, ne? Ja, ja. Da ist doch kein Schmerz. Ja, da ist er. Da ist er. Zombie. Oh, kompletten Schwarz, der Herr. Na, passt doch zum Begriff. Oh, ein Arkok in Pristine. Zombie kommt, jetzt. Schuss. Ja, das war ich. Das hat doch ein schönes. Nee, ist der Zombie direkt vor dir gespawnt. Zombie. Schuss, 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 Schuss. Alter. Kommt noch mal ne durch die Wand. Junge P... Schuss, 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 Schuss. Alter, der Pristine Pringer wie Kornplex, ne? Du old Plicks, was für ein Prickser. Myth-Misli,Ja das Rigueired Kornplex! viewinging Neusles Oh, den sein Handkarte ist auch, Pristine. xualamer Derick mal austauschen. Ach, du kannst ihm auch viele Grüße von mir ausrichten. Ja, sag mal. Danke fürs Stillhalten. Ja, er wurde vom dicken Stick gestickt. Vm... V... Vom ... Was für ein Ding... Vom dich. Just du... Dicken Stick. ich da will da will ich die Kettchen hatte dir verpasst die nur noch an er wird liebst du noch er war bitte die Hand hoch falls ja zogen wir schreien er ist sonst werden schwarze Sprache ansonsten so durch die Musik mit der Zunenlänge und die Kommunikation er hat erst erster Hanger und sich ganz auf der Hanger immer von Tio sie sind ich auch nicht ganz hinten am Waldrand Junge da schieß ich überhaupt nicht ja oder da wurde der letzte Positunier ja ich bin auch nicht unter dir wie immer die Hälfte er durch die Uhr Hanni, wie jeden Abend, häh? Ekelhafter Scheiß, Junge. Ekelhafter Scheiß. Du bist unter mir wie jeden Abend. Irgendwann ist der Feuer. Ja, muss ich selber noch dazu. Eck wird den Typen da sogar liegen lassen. Vielleicht dockt das irgendwelche Leute an. Ja, lass doch mal den Katarau langsam verwesen. Wie nur das Magazin raus und dahint leer ist und so. Am besten die Waffe noch davor hinlegen, auf der Erde, damit die das sehen. Oh, da, M4, da muss ich hinrennen. Ich merke Hanni, du hast das Fachbuch gelesen, welches ich dir gegeben habe. Welches Fachbuch? Ähm, kratze einen an, erledige die drei nächsten. Hab ich jetzt gescheuert. Made by Vietcom. Made by Viet, kratze drei an, erledige die nächsten. Meine Waffe ist weg. Ich hab die gerade abgelegt. Nee, das dauert ne. Also, okay. Also, bei mir war das voraus so, ich dachte, das ist weg. Ja, ich konnte nämlich grad den Handguard nicht swapen und äh, habe die Waffe erstmal abgelegt. Und das ist sie weg. Sie ist weg. Weg! Weg! Nicht weg. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, jetzt kommen drei Leute auf dich zu. Oh, scheiße! Das wär's noch, ja, na. Ja, ich hab ja noch ne Waffe. Ich hab ja noch die von ihm. Ja, und der hat nen MG42. Ah, ja. Also, Buggy erscheint mir noch, dass er... Sauber gar nicht. Ne, ich find die... Du, meine Waffe ist echt weg, ne? Meine fucking Knifte ist weg. Schick dir die Dorks. Die Dorken immer. Das ist ein Fall, dass ja auch was dauert halt. Weinst du so lange? Aber so lange würd ich schon fast sagen, dass es... Das letzte Mal hat's von mir über eine Minute damals. Das war alles pristine bei dem Kackdingen. Oh, jetzt hab ich nur noch ACOG und keinen Rotpunkt, was ihr mehr. Ah, zum Glück Viewies hab ich noch. In den Inventoren. Sonst so das Beste. Brauchst du irgendwas, du? Ähm, nö. Nicht. Also, er wird sich ärgern. Es wird ihn auf jeden Fall... Ja, ich brauch... Er hat so viel, so viel gutes Zeug gehabt. Der war heilig. Zwei Schuss für den vier. Zwei Schuss. Aber das sah für mich so aus, als ob der ein Barrette getragen hat, der Schwarze. Hat er auch. Achso, ja, dann ist es kein Wunder, warum er gleich in Egypt ist. Ja, er hat aber auch einen Helm im Inventar gehabt. Einen Schwarzen. Was? Habt ihr das gerade, das Mully, äh, verschieden aufgehangen? Das war ich, du Knallkörper. Alter, sag doch was. Ich komm da gleich hoch und schieb dich runter. Du sagst doch auch nicht, welchen Hangar der rumtanzt. Im ersten! Ja, wo ist denn der erste? Du bist so ein Nutzer, Alter! Das klingt total dran, du Nigger! Aus ihm kann ich nicht lesen! Meine Knifte liegt da hinten! Also gut, hol sie dich! Seht ihr mich? Alter! Nö! Okay. Hier, guck mal, so auf der Höhe. Seht ihr die Leiche von ihm? Ja. So, hier hinten auf der Höhe liegt mein, mein M4, was ich da vorne abgelegt habe. Ja, das hättest du aber auch gleich sehen müssen. Ich kann diesen Handguard nicht abnehmen, warum kann ich diesen fucking Handguard nicht abnehmen? Die Abelome wechseln, Jo. Die Abelome? Was muss ich machen? Die Abelome wechseln. Die Abelome wechseln. Was? Oh. Jetzt erzählt immer hier irgendwer. Wer erzählt was? Ja. Irgendwer erzählt hier mal inzwischen, wenn du irgendwas labern willst. So, jetzt noch mal. Langsam. Jetzt mag ich mich. Dann leck mich doch. Ich hab immer noch die Fransen im Mund. Vom letzten Lecken? Ich frag gar nicht, ob du was trinkst. Ich hab gesagt, geh da nach duschen. Aber du wolltest ja nicht. Okay, ich glaub ich hab alles soweit ausgetauscht. Das ist jetzt... Jetzt hab ich ne gute Woche. Da blutet aber schön aus dem Schädel. Und ich soll die Leiche so liegen lassen, aber. Ja klar. Als meinendes Beispiel für die nächsten. Jetzt müsste man wirklich so ein Weltchat haben. Dicken Stick hat dich gestickt. Bist du das? Was? Was? Nein! 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 Wie? Wo? Ich bin doch im Hangar. Das ist von der Polizei. Die Tür sind offen. Ja! Snap den weg! Ich seh keinen. Die Tür ist offen. Ich komm gelaufen. Ich komm gelaufen. Ich kann keinen sehen von hier oben. Nee. Ich komme. Der ist auch schon drin, ne? Tup ist drin. Tup ist drin. Tup ist drin. Tup ist drin. Da schießt wer. Tup, hast du ihn abgeknallt? Ja, ne der kommt einfach rein, ey. Ja, ne was willst du denn? Denkt der Frank oder? Alter! Was war das? Das hab ich, ja. Das war ich. Wie der Zombie nicht umfällt, ne? Oh, ne? Da kommst du zu Österreich und so. Und der kommt einfach rein, oder? Ich kann ihn halt nicht einfach reinlassen, ne? Ich steh mal wieder zurück. Meine Türsteher stehen eigentlich draußen vorn der Tür und nicht drinnen an der Ecke. Der ist ein Typ. Kommt einfach rein. Ich mach die Tür, ich seh der ist nicht schwarz. Wer kommt jetzt rein? Oh. 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 Und jetzt bist du tot. Nee, ich hab ihn getötet. Er hat mich nicht einmal getötet. Ey, ich glaub der hat gedacht, ich bin friendly, aber ich lass keinen typen mit der M4. Der hat die M4 in der Hand und wieder rein. Ah, äh, Ganni kommt jetzt. Ja, jetzt komm ich. Entschuldigung. Ich weiß. Schwarz. Deswegen, ich bin halt, ich hab nicht geschossen, ich bin nur weg. Und dann hat er halt zum Reden begonnen. Und dann hab ich halt geoutet auf einen richtigen Augenblick. Kommt noch so mit zu euch? Mache. Die Ritte hab ich gesagt. Und noch ein Zombie? Hör auf zu schießen, mach die mit der Axt klar. Ja, ich will hier ungern draußen die Axt, äh, die Waffe wegpacken. Hier lockt einer ein. Nee, nee, das war ich. Och. Was ist das Schönes? Es tut mir jetzt irgendwie richtig leid, dass der einfach reinkommen ist. Der ist hinter dir, hinter dir, hinter dir. Boah. Boah, ich hab noch weggeguckt. Der kommt. Der kommt. Was machst du mit dem Dom? Gar nichts, ich bin weg, dass du mir nicht mit der Axt triffst. Soll ich mir den machen flirten? Anni, du guckst. Die Tür macht er nicht zu, er lootet, hat die Axt in Hand und... Nö, ich hab' gerade nach Tupin geguckt. Das ist gut, dann siehst du ja die drei Leute richtig gerade auf die Hand ausgleichen. Der ist schon vorbei. Nein! Ich kann... Ich drück schon aufs Loot-Symbol und dann macht die Tür trotzdem auf. Soll ich dich erlösen? Halt die Klappe, ich erschieß dich gleich. Oh mein Gott, er will da einfach reinkommen. Was für ein Vollidiot. Du bist die Axt in Hand, oder? Nein. Ich habe die Pistole in Hand. Ich sehe einen schwarzen neben mir. Wo direkt neben dir? Ich bin in der Tanne drin, Mann. Schieß. Ich werde dir angeschossen. Das bist du... Ich hab's gewusst, ey. Ich hab doch gesagt, ich bin hier in der Tanne, Alter. Und du stehst auf die Tanne, oder was? Was ist denn das Problem? Oh mein Gott. Jetzt ehrlich mal. Ich sage, ich stehe in der Tanne und du schießt auf die Tannes. Dein Ernst jetzt? Tup. Du hast gesagt, du kannst es nicht sein. Ich habe nicht gesagt, ich kann es nicht sein. Ich habe gesagt, ich habe die Pistole bzw. die M4 in der Hand. Weil ich erst Pistole sagen wollte. Oh mein Gott, ey. Maximale Spielerzahl erreicht. Ich finde es cool. Ich habe eine fucking Fraktur, Alter. Du brauchst Morphine. Ja, ich habe selber Morphine. Was hast du mir jetzt zerstört? Irgendwas hast du nämlich schon komplett hingegeben. Ja, ich habe auch... Meine Täter ist K.O. Dieser Getter hat mir zerstört. Komplett. Ist ruiniert. Ich kann deine geben. Mit dem ganzen Inhalt drin. Ich weiß nicht, was Trino. Handschellen. Meine Schlüssel dafür. Ich bin in Frieden. Mein Dosenöffner. Mein Sewing-Kit. Dosenöffner ist kaputt egal. Gib dir gleich egal. Der gute Dosenöffner, ey. Ja, und der geht kaputt genauso. Und ich sehe übrigens Schwarz-Weiß. So. So egal. Das ist der Action. Fick dich echt. Ich gebe mir zuerst mal Epinephrin. Ich kann das nicht sein. Die Knarztür ist noch zu. Sieh zu, dass du mir Sellenberg reinknallst hier. Ich komm drauf. Was war denn das denn für ein Piepen? Weiß ich nicht. Das klang wie ein Schuss. Ist eh noch rückwärts wie fahren, oder was? Ja. Das wollen so piep, piep, piep. Ja, bei mir war's nicht. Also wenn du so in einem Baum stehst, kannst du, 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 kannst du in der Hand. Da schießt er einfach. Da kannst du nicht gehen, dein Baum. Okay, ja, warte. Hast du ne Axt in Hand? Nö. Bäm, bäm, bäm. Ich hab auch gar keine Axt in Hand. Ich weiß gar nicht, wie auf Axt kommt. Du, ich hab dich die Fragen gestellt, du hast Nein gesagt, also du hast gesagt, nee, das bist du nicht. Warum hast du, warum hast du, ich hätte mich auch bewegen können, oder was hättest du sagen können, ja wackel mal nach links und rechts. Das hätt ich ganz schnell machen können. Du stellst lieber Fragen, was ich in der Hand habe. Hast du in der Hand, mein Sack. Ich dachte mir, das kann der gar nicht sehen, ich stehe nämlich mit dem, was ich in der Hand habe, direkt am Baum. Ja, weißt du, was er gemeint hat? Ob du ein Ast in der Hand hast. Nimm die Jacke, was bei mir liegt. Was soll ich mir jetzt? Hast du eine Hand in die Hälfte? Hast du eine Ersatzjacke, oder was? Das war keine Axt, das war ein Ast. Ist alles ruiniert von dem Scheißen? Jo. Was ist das Hermann? Brauchst du das Magazin, oder nicht? Nee, ich hab noch vier Stück. Ich hätt so gefeiert, der hätt ihn die Waffe zum Ballert. So, dann lass uns mal ran, dann. Lass mich ran, ja, denn du willst, ja. Kommst du, du? Lass mich ran, ja, denn du willst, ja. Lass mich ran, ja, denn du willst, ja. Ich bin nicht nachtankt, ich vergebe dir. Du schlägst halt von hinten jetzt wieder. Ich hab heute kein Zerlin mehr. Ja, dann kriegst du von mir gleich eins. Das war nicht in der Jacke, sagst du? Mit dem U-Panik, ich denk dann. Der Rucksack, die wichtigen Sachen. Ich will, dass er mich nicht ausmachen kann. Tür ist zu. Ich rieb vor. Er hat meinen Arm getroffen. Er steht direkt ein Zombie. Warte, ich hol die... Achtung, da darfst du dich zu. Ich hol die Axt raus. Ey, drei von 0815 sind drauf. Jetzt hab ich die Axt anhand. Waren sie ihn jetzt vorher? Ja. Dein Quatsch. Ich ziehe jetzt die Axt. Ich habe jetzt die Axt. Geh mal auf die Seite. Kommt noch ein Zombie. Warte mal. Kommt noch ein Zombie. Da. Waren die denn hin? Wagen die? Weil die auch so? Voll zurückgesetzt wurde der. Ja, ich hab dich richtig getroffen. Ist klar. Na, krieg ich noch ne Kelle nach? Nein. Zack. Und dann ist sie endlich wieder bunt. Und der Zombie kommt nochmal. Tür zu. Ups. Was machst du? Bei mir springst du herum. Jetzt laufst du gegen die Tür. Boah, jetzt lauft ein Zombie für einmal rein in den Raum. Hab ich doch gesagt. Du hast leckt hier. Disconnect. Wer hat Disconnect? Ich hab Disconnect? Ich weiß nicht. Bei mir schaut so aus, als ich hab das noch. Ich glaub der Server hängt. Der Zombie auf mich haut. Ist das? Bei mir ist der Zombie weitergelaufen, steht jetzt da mitten auf dem R-Field und läuft auf der Stelle. Nee, dann ist der Server hängen geblieben gerade. Mal schnell runtergehen hier. Ja, jetzt krieg ich die Hits. Jetzt kriegst du die Hits? Ja, vom Zombie. Ja, dann nicht auslaufen. Ja, bei mir bist du halt immer noch auf der Stelle. Ja, ich krieg auch jetzt vom Zombie-Mann. Ja. Perfekt, ich bin jetzt hochgangen halt. Du bist tot? Ich bin hochgangen. Ach, hochge... Oh. Ah, totgangen hab ich jetzt verstanden halt. Ich auch. Ein Schlag hab ich bis jetzt nur abgekommen. Nee, ich krieg den dritten, vierten abgerade. Echt? Fünften. So mach ich das. Tschüss! Tschüss! Werden hier jetzt nicht hören? Mosen, links von mir. Das heißt, in die Richtung... Ich hab nix gehört. Ich hab auch nichts gehört. Ich aber. Doch, doch, doch. Ja, vielleicht haben sie euch ausgemacht, aber dann wird sie die Einschläge hören. Ich hab mal eins schon gehört, also... Wie links von dir. Was, Richtung Wald, oder? Gani? Was denn? Von wo? Ähm... Ich weiß noch nicht, wie du sitzt, also... Links von... Ach so, links von... das ist ja Richtung anderes Gefängnis. Also Richtung Hinteres. Da wo die anderen Hangar dann wieder kommen. Den Weg runter. Tür. Ja. Also... Links ist... Ja, ja, den Weg einfach weiter... Ja, den Weg einfach weiter runter. Also... Wieder Richtung Norden hoch. Richtung Military... Die... Das Problem, wenn der jetzt einen einen Schuss gemacht hat und der vor euch geschossen hat, wird der nächste Schuss ziemlich sicher treffen. Wenn er auf die geaimt hat. Ja, das können nur die wissen. Ja. Naja, ich kann mich eigentlich nicht gesehen haben, weil ich hinter der Mauer liege. Aber ich hab den Schuss gehört und wie es an mir so vorbei ist. Alles hart. Jetzt warten sie vielleicht auf Bewegung, dass du aufstehst. Oder vielleicht glaubst du bist tot, wenn es dich nicht bewegst. Ja. Ich soll einen, die mich ausgemacht haben. Rucksack. Spieler. Spieler direkt vor mir. Direkt vor dir. Wurde du auf den geschossen, oder was? Oh, ja. Tschüsse. Patin. Na, Mosenschüsse. Jetzt hör ich auch Mosenschüsse. Sag ich doch. Jetzt haben sie sich raus gemacht. Wie? Direkt vor dir? Ist dir das Leiter hochgekommen, oder was? Der ist innen drin. Ah, jetzt bin ich natürlich im Arsch. Hier komm ich nie wieder runter, Junge. Wieso? Wieviel Schuss habe ich noch? Ja. Soviel zum Thema, was können 14 kleine Freunde anrichten, war? Ein Schuss noch im Magazin. Ja, leid's nach? Mach ich gerade schon. Ich versuch grad auszumachen, von wo der Mosenschießt. Oder der SKS da, was das ist. Das Problem ist, ich kann nicht scopen, sonst müsste ich mich hinhocken und er kann mich ausmachen. Das war aber ganz schön weit weg. Natürlich war's weit weg, jetzt weiß ich nicht auf wen der geschossen hatte, denn hatte der auf wen... Vielleicht von Sniperhügel? Nein. Habt ihr dort schon nachgeschaut? Sniperhügel wäre die andere Richtung, das wäre ja wieder Richtung Süden. Ich denke mal, er hat auf den Inner Feuerwehr geschossen, nicht direkt auf uns. Aha, da läuft der Spieler, ich seh ihn, ich seh ihn. Juhu. Rechts. 45 Grad. Nach rechts. Läuft er gerade jetzt übers Ding drüber. Guck mal bei euch aufs Fenster. Ach. Warte, ich geh hoch. Lass mich hoch. Jetzt stellt er sich da wohl ein Busch rein. Wo soll er stehen? Äh, wenn du oben rausguckst, bisschen nach rechts. Bei so nem Busch hat der sich gerade reingestellt, der wurde gerade vom Zombie verfolgt. Wenn ich rausgucke Richtung Zeltstadt oder wenn ich rausgucke Richtung andere Seite gegenüber? Genau, andere Seite gegenüber. Du hast doch die grünen Streifen, ne? Den ersten, den vorderen grünen Streifen. Ja. Und da so mittig, mittig drin, da ist so ein Busch hier. Da rennt der Zombie drauf zu oder was? Richtig. Der Zombie jagt ihn. Ich seh ihn nicht. Bewegt er sich wieder? Ne, der steht da noch im Busch drin. Ich seh ihn. Jetzt guckt er. Siehste? Ich seh ihn. Jetzt rennt er wieder. Jetzt rennt er weiter. Ich kann ihn nicht sehen. Er ist gleich vorne bei euch an der Straße. Er rennt hier um und zickzack. Bei uns auch auf der Höhe? Nein, der ist hinter euch. Hinter euch. Der ist an der einzelnen Baracke. Container. Okay. Ja, ich seh ihn. Jetzt. Jetzt mach doch mal im Container hinten rein. Ich beobachte das kurz weiter. Ja, ist in der Baracke drin. .. Hast du schon auf 100 Meter eingestellt? 200 habe ich den. Ist zu weit. Ja du ich kann hier von dir oben so die Tür einsehen, also. Also, ich könnte ihm von hier aus den Schuss verpassen, aber mache ich nicht. Ja, der Zombie wurde zurückgesetzt. Zum, da, unten bei der Tanne rennt. Was? Entweder das ist ein Zombie. Ja. Ist er an der Tanne bei euch vor der Tür? Nein. Ich glaube, der rennt durch die Tanne zu uns, Tup. Er kommt in drei, zwei, er steht hinter der Mauer. Ja. Kann ihn nicht mehr ausmachen. Jetzt, kommt er rein. Der läuft weg. Er liegt tot. Er hat sich auf jeden Fall hingelegt, ja. Er hat sich sicher Beine gebrochen. Die sind nach links gegangen, gell? Nach links, ja. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Da liegt ein Rucksack oder sowas. Hat er sich ausgelockt. Nein. So schnell ich. Ich sehe ihn nicht. Also er ist auf jeden Fall links rum von euch hier laufen. Links, links oder wie? Achso, Richtung Tanne. Ausgang raus und dann gleich links. Und nur ein paar Meter weit. Also da liegt ein Rucksack. Ich glaube nicht, dass er seinen Rucksack wegschmeißt. Nee. Er ist bestimmt hingefallen, oder? Ja, da müsst ihr. Ich kann es von hier aufklären. Ach nee, er liegt hier. Er liegt hier. Ich kann auch bloß den Rucksack sehen, also nicht den Rest. Ja, ja, er liegt hier. Dann ist er unconscious. Mach die mal fertig. Guck mal zu meiner Pizza. Er war alleine, gell? Ja. Nimm doch die Waffe weg. Sorry. Wer von euch rennt da komplett raus? Das tut. Achso. Tschüss, ja. Ich habe noch einen anderen Schuss gehört. Ja. Wer hat denn hier ein Pierfeuer gehabt? Hast du nicht gerade geschossen auf den Zombie? Nee, ich habe auf den Typen geschossen. Zweimal, aber dann habe ich noch einen Schuss gehört. Boah, dann war das gerade buggy, Alter. Ich kann von hier oben nichts ausmachen. Ja, nee, ich habe dich... Du bist bei mir geradeaus weiter ins Wäldchen gerannt und warst gar nicht bei dem Typen. Echt? Ja, ich wollte den Puls checken. Schau dir den Zombie an. Ja. Noch einmal. Na, ich zieh... Was machen die denn, Alter? Ich zieh die Axt. Auch egal, Mann. Schau mal an. Noch mal. Damit muss ich mir den auch für ziehen. Der Server will nichts so, wie ich will. Und so geht's. Ach, so wurde er da. Bibi. War doch schön ausgemacht, oder? Schau, ich steck mal eine Waffe schon wieder. Die mich hält nur ein Wunder, ich denke, hä, da läuft ein Zombie? Ja, das ist der Mosel-Schützer. Den ihr gehört habt. Schönes Ding. Oh, schön. Nicht mal komplett zerschossen. Nö, da ist noch einiges drin. Boah, das viele Gelbe. Drei Gelbe. Oh, schön. Der Long-Range drauf, bei sagen wir noch so. Äh, lol. Kann sein, dass der da drüben noch nicht mal deine Pistolschüsse gehört hat, sondern bloß gesehen hat, dass der zusammengeklappt und dann hat die gedacht, er hat ihn erschossen. Könnte sein, ja. Weil sonst wäre er nicht über das Feld gelaufen. Zombie kommt auf uns zugelaufen. Ich glaube eher, dass der hier irgendwo gerade gegenüber vom Tower hinter der Wand saß. Sag mal, der nimmt die nicht drücke und drücke und drücke. Vom Tower hinter der Wand? Das ist viel zu nah. Da hätte ich den Schuss gehört. Ich habe ihn nicht gehört. Ich habe ihn richtig klar gehört. Außerdem war der ja super weit hinten, Alter. So weit kann der gar nicht umlaufen, wenn er hinter den Tower saß. Hinter der Wand da drüben. Richtung Tower. Also gerade rüber und dann... Er ist ja da rechte Seite, kam er ja rüber heran. Oh, Junge. Der Sauron, der geht mir gerade schon um den Pist. Jetzt endlich die Waffe raus. Wenn da mal eine brenzlige Situation entsteht, richtig, dann warst du als der Weg tot. Hast du die gelben Taschen durchgeguckt? Ja, ich habe alle angestiegen. Brauchst du eine? Oder zwei? Nee, ich brauche schon... Ich brauche schon zwei Stück. Ich brauche keine mehr. Ja, doch die Muni-Box von dem rein, die, was im Norden ist hier, sind wir eine Dosenöffnung, ne? Die Muni-Box bräuchte auch nicht, ich habe quasi noch. Okay, wir rein, ich mach mal einen Läufer zu euch. Ja, hol dir mal den Grau raus, ne? Dann macht die Tür wieder zu. Ja, hol dir mal den Grau raus.